So, wir spielen heute Goat of Duty und wie ihr wisst, liebe ich Ziegen. Das seht ihr hier an der Ziegenseife, die ja lustigerweise gerade zufällig rumliegt. Und natürlich meiner Plüschziege. Ich habe euch einige Codes in die Kommentare gepackt. Ganz gerne in die Beschreibung schauen, dort findet ihr den Discord-Link zu Goat of Duty. Dort könnt ihr andere Spieler finden, um mit ihnen zu suchten. Und da würde ich sagen, legen wir los! Ihr wisst ja, ich liebe Ziegen. Das seht ihr auch alleine an meinen ganzen Instagram-Bildern. Ziegen sind einfach meine Lieblingstiere. Deswegen musste ich dieses Spiel einfach spielen. Übrigens, Leute, ihr findet in den Kommentaren drei Codes zu diesem Spiel. Die müsst ihr in Steam einfügen und dann könnt ihr das Spiel zocken. Sucht sie. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe sie mit drei unterschiedlichen Accounts reingepostet. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die Option und machen mal leiser. Das ist voll mein Shit, Leute. Allein die Musik. Was für ein geiles Spiel. Ich liebe es jetzt schon. Es gibt Kostüme. Oh, süß. Schau dir mal den Arsch an. Wir nehmen das. Das ist ja richtig geil. Oh, Leute, ich bin eine Goat. Ich liebe Ziegen. Kann ich mich auch totstellen? Ziegen können sich totstellen. Deswegen liebe ich Ziegen. Ich liebe Ziegen. Team Ziege startet jetzt. Los geht's, Leute. Spring euch alle rum. Da unten. Was ist das für ein Spiel? Hilfe. Ja, Mann. Stimmt. Geil, Mann. Ich bin voll gut. Wisst ihr, dass ich in dem Spiel richtig gut bin? Seht ihr, wie ich die wegneet's alle? Stimmt. Ich bin die beste Spielerin. Hau ab. Ich will eine andere Waffe. Wo kriege ich andere Waffen her? Ich brauche eine andere Waffe. Hört auf, mich die ganze Zeit umzubringen. Wo habt ihr eure Waffen her, Mann? Ah, jetzt. Ich habe eine neue Waffe. Ich habe so eine Art Sniper. Komm her, du Lappen. Komm her. Ja. Ich habe... Oh. Ich habe mich fertig gemacht. Mann, Scheiße. Ey, Leute. Spiel ist so geil. Guck mal, wie süß die da unten rumräuchern. Geile Waffe, Mann. Kommt her, Lappen. Ich mache euch alle. Komm her. Oh, mein Gott. Ich bin wieder meine alte Waffe. Das ist so schwer mit der. Verpisst euch. Stirb. Stirb. Ja, sehr gut. War das ich? Ich weiß es nicht. Ey, ich habe eine neue Waffe. Ich habe eine neue Waffe. Ich habe eine neue Waffe. Stirb. 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 Nein. Nein. Ah, ich kann mich totstellen. Ich kann mich totstellen und schwabbeln. Guck mal, ich kann mich totstellen und die raffen es nicht. Und dann komme ich vom Hinterhalt und mache euch alle fertig. Hilfe, ich kann mich nicht mehr auf. Guck mal, die können mir nichts machen, wenn ich mich totstelle. Ja. Stirb. Stirb. Wieso schieße ich nicht? Nein. Zieh, Mann. Ich bin von hier oben, du Lappen. Soll ich mal tot runterfliegen? Hallo, ich bin tot. Ich bekomme tot vom Himmel. Schaut euch mal diesen schönen Bodi an, Leute. Ich kann nicht mehr aufstehen, Mann. Mann. Vergesst Fortnite, wir spielen nur noch das. Wie die da in die Luft gesprengt werden. Ich bin Letzte. Ich dachte, ich bin gut. Oh, ich habe neue Kostüme bekommen. Oh, süß. Geil. Welchen nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir nehmen den. Der ist so richtig sneaky. Der hat sogar einen Buchi am Ort. Der hat einen Arschloch. Ich habe einen Arschloch und ich habe Schüchen. Oh, jetzt spielen wir Team Deathmatch. Alles klar. Wir hatten davor alle gegen alle. Jetzt machen wir Team Deathmatch. Und eine neue Map ist auch da. Wunderbar. So, schaut euch mal meine gegelte Tolle an. Das sieht wirklich aus wie der Gnupapa. Los! Geil, ich habe wieder eine neue Waffe. Das sieht echt aus wie der Gnupapa. Ich spiele den Gnupapa. Nein, der ist tot. Warte, ich sneake mich jetzt. So richtig Bitchmove. Und ich stelle mich einfach nur tot. Es war einmal auf einer Weide. Da lag ein Ziegenbock mit einer geilen Tolle und brach sich das Genick am Boden. Du kannst nicht zielen. Du kannst nicht zielen. Du bist schlecht. Ich finde es auch geil, dass ich unendlich Money habe. Kannst du bitte sterben? Hallo, ich treffe dich voll auf. Ja, ich habe dich getötet. Nein, der lebt immer noch. Alter Schwede. Ja, meinst du ernst? Warum sie... Hilfe! Sag mal, spinnst du? So, jetzt stirb endlich mal. Ich habe voll die doofe Waffe. Ich will auch endlich eine bessere haben. Hilfe, da kommt die Hände um die Sau von hinten. Sag mal, die Penner spielen hier zusammen. Ach, ich habe Team Deathmatch. So, Leute, jetzt reicht's. Jetzt kommt der Bitch-Modus. Jetzt mache ich euch alle fertig, ihr Bitches. Kommt, Tisch! Wo seid ihr? Ja, Mann. Oh, Leute, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt mache ich euch fertig. Ich habe eine neue Waffe. Komm her, du Drecksau. Wo seid ihr schon wieder? Komm her, du Pisser. Du mit deiner dreckigen Waffe. Die ist voll OP. Ich dachte mit der auch, ich bin gut. Komm her, du Arschloch. Ja, mach ihnen alle, die Drecksau. Ja, sehr gut. Nein, wir sind schon wieder gestorben. Ich habe schon wieder eine neue Waffe, Mann. Hilfe! Ich brauche Heilung. Ich brauche die Heilung da oben. Schnell. Oh ja, eine Spritze. Gut. Hau ab, verpiss dich. Ja, ich habe ihn getötet. Oh, Leute, OP-Bitches. Oh, jetzt mal. Oh, ich habe die beste Waffe. Muss meine Waffe. Ich brauche eine gescheite Waffe jetzt. Was ist denn das? Oh, ich schwabbel so schön. Lappen, da vorne. Komm her. Ich habe dich genau gesehen. Dahin. Du brauchst dich gar nicht verpissen. Komm her, Mann. Ich mache dich alle. Ich muss ihn einfach nur im Arsch kleben. Hilfe! Hilfe! Um Hilfes willen. Komm her. Mann! Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Ich habe das Gefühl, wir sind in der Unterzahl. Oh ja. Warte, das sieht doch gut aus. Nee, das ist wieder die von vorn. Ich hätte... Guck mal, wir waren nur zu zweit. Ich wusste, dass wir in der Unterzahl waren. Deswegen haben wir verloren. Hört auf, unsere Körper dahinten in die Luft zu sprengen. Bin bereit. Wer möchte mit mir schlachten? Ist überhaupt jemand da? Das spiele ich jetzt alleine. Oh, nein. Sie sind ja tatsächlich schon da. Ja! 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 Nein, Mann. Das geht viel zu schnell. Oh, Flammenwerfer. Jetzt gibt es Rösti. Wer hat Bock auf Rippchen? Warte, ich röste jetzt mal ein paar Leute. Komm her. Ich röste dich. Nein, Mann, du Sau. Komm her, Bitch. Nein! Du mit deiner dreckigen OP-Arschloch-Waffe. Das ist so unfair. Das ist so unverhältnismäßig unfair. Komm her. Ich dachte, dieses Spiel macht mich glücklich. Dirty Bitch. Das mache ich auch alle. Komm her, du Drecksau. Ja, mit deinen scheiß Raketenwerfern. Die kannst du dir in den Arsch stecken. Du triffst mich ja nicht mehr von nahen. Mann. Immer diese blöde Ziege. Oh, hallo, Feuerbälle. Wer will meinen Feuerball schlucken? That's what she said. Hier, Bitches. Bitches. Nein, Mann. Das gibt's doch nicht, Mann. Ihr blöden Bitches. Ich stell mich tot. Ich hab nix gemacht. Haha, die gehen echt, die Bitches. Haha. Hier. Mann. Voll die Fresse gekriegt. Wir sind so schlecht, Leute. Gehen wir mal zum Hörerbrunnen. Spielmodus. Machen wir mal den Rammoklauf. So. Oh, das ist ja ne coole Map. Oh, die ist ja nice. Ich mach dich alle. Komm her. Ja, Mann. Wie gut ich bin. Hahaha. Ich mach euch alle fertig. Was ist denn das? Ah, ein Mad Kid. Haha. So, ich boxe dir ins Gesicht. Komm her. Ja, Mann. Ich mach euch alle. Alle mach ich euch fertig. Ich mach euch alle fertig. Ich röste euch. Ja, Mann. Ich bin voll gut. Neue Modi. Ich muss alle nur zerstören. Ey, ist schon krass, wie viel Modi das Spiel hat. Und wie viel Kostüme. Und wie ich hier einfach alle fertig mach, Leute. Ey, ich bin so der Ziegen-King in der House. Niemand macht mir hier was vor. Ich hab alle getötet, König der Helden. Ich bin... Nein. Trefft mich nicht. Trefft mich nicht, Dreckssäcke. Wie alle gegen mich sind. Ich mach euch alle platt. Hahaha. 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 Seid ihr dumm? Wieso hat der eine Armor-Rüstung, die Dreckssäcke, schon seit 100 Jahren? Ich hol mir einfach deine Kills weg. Hahaha. Hahaha. Hallo? Was ist denn das für ein Cheater? Der cheatet doch. Selbst in einem Goat-Spiel gibt's Cheater. Ih, wieso schreit der denn wie ein Mensch? Huuu. Das gibt's doch nicht. Wie lange hat denn der das Scheiß-Schutzschild, Leute? Erzählt mir doch nix. Hilfe! Was passiert mit mir? Also ich weiß nicht, was das soll. Ist das vielleicht der Modus? Ich bin Erste. Huuu. Spielmodus Letzte Ziege. Letzte Ziege ist eigentlich ganz cool. Machen wir doch das. Hatten wir noch nicht. Huuu. Schrei doch nicht so. Man hört es durch die ganzen Hallen, Mann. Oh, die Waffe hatte ich noch nicht. Oh, hahaha. Komm her, du Sau. Ah, hier. Boah. Boah, die Waffe ist geil. Huuu. Ich finde es so geil, Leute. Spiel könnt ihr auch übrigens zusammen online zocken. Und wie gesagt, Codes befinden sich in den Kommentaren. Oh, nochmal ne neue Waffe. Geil. Wie viel Waffen es hier hat, ey. Oh yeah, Mann, Bitches. Hahaha. Wo bist du, Drecksau? Komm her, du Arsch. Jetzt mach dich platt. Nein! Wo ist die Drecksau? Mann, verpiss dich. Du hängst mir die ganze Zeit am Arsch, du Sack. Nein! Da haut's meine Ziege sogar runter. Verdammt. Scheiße. Voll erbärmlich versagt. Oh, die hatte ich noch nicht. Was muss ich hier machen? Hallo? Können wir jemanden sagen, was ich hier tun muss? Achso, ich muss die gegen die Dinger hauen, oder was? Hey, komm mal her, Homie. Ich lass es mit mir machen. Ups. Homie, nein! Oh, die liegt da unten. Homie, nein! Homie, nicht in Abgrund! Nein, Homie! Nein! Muss ich den da reinbomben? Ach, ich muss den da ins Ziel reinhauen. Warte, ich will das einmal schaffen. Komm her, du Bitch. Ja! Auch voll pervers eigentlich. Oh, okay, jetzt sehe ich es. Da sind ja Stacheln dran. Das ist ja makaber, ne? Gefällt dir das? Ja, Mann! Oh, hups! Genau das Loch. Was ist denn das für ein Zufall, ey? What the fuck? Nein! Nein! Unbreak my heart. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Wie gesagt, das Spiel gibt es seit dem 10. auf Steam. Beide Links unten verlinkt. Auch der Discord-Link dazu. Die Codes habe ich euch in die Kommentare gepackt. Ist ein mega geiles Game. Spielt sich super flüssig. Geht super schnell. Ich liebe solche Ego-Shooter. Ist einfach mega lustig. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel schon kanntet. Und dann sucht mal schnell die Codes. Und ich sage wie immer, Ade mit E. War zigig und schee. Ich liebe solche Ego-Shooter.